Einz? Oh, shit. Ey, dieses No-Scope könnt ihr mit der Waffe total vergessen. Komm, stirbt der von. Gut. Haben wir den auch fertig gemacht? Gut. Ja, ich... Ey, diese ungeduldigen Drecksäcke. Ich muss auch meine Munition aufsammeln. Ich kann keine Munition zaubern. So, wo müssen wir denn hin? Hätte ich jetzt einen Raketenwerfer, dann hätte ich den jetzt instant zerstören können. Habe ich aber leider nicht. Deswegen müssen wir da jetzt leider hinschwimmen. Aber das ist ja nicht weiter ein Problem. Wir haben ein Atemgerät dabei. Also können wir unendlich lang unter Wasser bleiben. Selbst wenn unsere Energie kritisch ist. Und jetzt können wir weiterschwimmen. Krass, der sieht uns unter Wasser. Wie komme ich denn da hoch? So, wahrscheinlich. Oh. Das ist, glaube ich, nicht der gesündeste Weg, da irgendwo hochzukommen. Ich weiß auch nicht, warum ich den nicht kaputt kriege, weil... Wahrscheinlich... Ich brauche irgendwas, was da mit Schaden macht. Oh, oh. Hey, ich dachte mir schon, das war... Nein! Alter, ernsthaft? Oh nein! Was ist denn das jetzt für ein scheiß Spawn? Oh, oh. Stirb jetzt. Das war jetzt gerade der beste Spawn, den man niemals haben konnte. Okay, wir sind voll. Da haben wir auch noch ein bisschen was und noch eine Sprengladung. Gib mir die Sprengladung auch noch. Gut. Ja, komm. Wir müssen in die Richtung. Lass mal wieder aufladen. So, ich glaube, das ist eine Weile Weg, deswegen werde ich mir jetzt das Fahrzeug hier nehmen und dahin fahren. Oh, lol. Oh, was geht ab? Checkpoint. Oh, shit. Das ist das falsche Visier. Das ist ein Scha-Scha-Schützengewehr und... Ich habe das falsche Visier drauf. Oh, scheiße. Der Heli hat was gegen mich, oder? So sieht's aus. Jetzt hat er nichts mehr gegen mich. Boah, der hört ja wenigstens die Explosion nach ein paar Jahren noch nicht auf, ja. Oh, viel zu viele Menschen. Viel zu viele Menschen. Viel zu viele Menschen. Was mache ich jetzt? Gib mir deine Muni. Stirb. Okay. Muni aufheben. Und weiter laufen. Oh Gott. Gut, der ist eine Schrotflinte. Schrotflinte wollen wir nicht. Noch irgendein Geräusch gehört. Okay, wir müssen noch weiter. Alter, wenn ihr vielleicht wisstet, wie krass kacke das hier gerade ist, dann würdet ihr auch verstehen, warum ich, äh, nicht so schnell... Mach mal da schneller hoch jetzt hier. Gib mir mal Munition, weil ich habe schon wieder keine mehr für mein Scharfschützengewehr. Aber da kommen wir sowieso immer... Doch, da kommen wir mit dem Auto raus. Gut, dann fahren wir mal... Los. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Gespeichert. Ich glaube, ich fahre mal außen rum. Das ist vielleicht noch ein anderer Eingang. Ja. Oh shit. Was ist das? Oh nö. Oh lol. Oh lol. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier hintauche oder so. Hm, da oben ist, äh, Profit. Moment, oben auf dem Kreuzer ist ein Sender. Geh an Bord und schalt das Ding ab. Stirb halt nicht. Die haben hier viel zu viel Leben, alle. Oder die AK macht so wenig Schaden. Boah, es leckt wie Scheiße. Also, leckt wie Scheiße. Mein Gott, es läuft schon flüssig, aber... Ist jetzt nicht so geil. Wo ist der denn? Okay. Wo muss ich hier überhaupt hin? Ich muss da hin, irgendwo. Stirb halt nicht. Es aussieht bunkern Sie in dem Lagerhaus am Dock C4. Ich schicke dir die Koordinaten. Oh, den hätte ich auf jeden Fall getroffen. Boah, das hat fast schon weh getan. Ähm, wo ist denn jetzt? Da ist die Sendersteuerung. Okay. 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 Jetzt lass ich mal kurz das aufladen. Und jetzt bin ich unsichtbar. So. Hi. Oh, oh. Wow. 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 Das war's. Flugabwehr neutralisiert. Markieren Sie jetzt mit Ihrem Laser den Kreuzer und genießen Sie das Feuerwerk. Alter, das gibt es doch nicht. Habe ich die falsche Sache ausgewählt? Ja. Boah, Alter. Alter. Das kommt wieder von da hinten eine. Alter. Ich bin jetzt nicht mehr da. Alter. Alter. Ich bin jetzt nicht mehr da. Schießt. Schießt schnell. Schießt schnell. Okay. Ihr seht mich nicht mehr. Äh, wie tue ich jetzt mit dem Laser das anvisieren? Ähm. Ähm. Lüftangriff, Ziel mit Fernglas erfassen. Habe ich es jetzt nicht verfasst? Ach so. 05,1 ist. Echoliner, Ziel bestätigt. Wir kommen jetzt rein. Roger Echoliner, Ziel bestätigt. Angriff. Kreizer versenkt. Verabgute Arbeitgruppe. Wir schicken schwere Senkrechtstarter mit Panzern, während Sie die Luftunterstützung der KVA ab. Bis wir da sind. Over. Das ist jetzt scheiße. Oh, scheiße. Oh mein Gott, viel zu viele Menschen. Warum lebe ich noch? Warum lebe ich noch? Warum lebe ich noch? Ah. Alter, was? Oh Mann. Oh Mann. Ah, nein. Nein. Ai, 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 ai. Lass mich da rein. Oh, lol. Alter, bitte sterb mir jetzt noch davon. Gut. Leider habe ich jetzt gerade keine andere Waffe zur Verfügung. Ist das hier ein Munitionslager? Warum ist hier keine Munition? Oh mein Gott. Oh Mann. Und tschüss. Weg bin ich. Meine Herren, gut ab. Der Hafen gehört uns. Wir stoßen jetzt zum Tal vor. Schnappen Sie sich einen unserer Panzer und folgen Sie dem Konvoi durch den Tunnel. Sie können doch einen Panzer bedienen, oder? Ja, Sir. Psycho. J-Sog hat einen Job für Sie. Stoßen Sie zur Alpha Company. Lieutenant Cooper erwartet Sie. Kein Problem, Boss. Hey, pass auf dich auf, Nomad. Wenn das hier vorbei ist, gebe ich ein Bier aus. Mike. Schieß auf die Tunnel einfach und putz den Waggon weg. Muss ich den Panzer jetzt nehmen? Au. Ist das jetzt euer Scheißernst? Wollt ihr mich gerade echt verarschen? Ihr wollt... Oh Gott, Alter. Was? Das ist doch jetzt nicht euer Scheißernst, oder? Boah, ey. Mein Gott. Ey, weißt du, solche Bugs vermiesen einem den Spaß. Ja, seht mich halt alle. Schießt mich nochmal ab. Was weiß ich. Mein Gott, jetzt pisst mich das Spiel schon wieder an, weil mich mein eigener Panzer umfahren kann. Echt. Ja, zeigen Sie denen, wie es läuft, Donald. Unsere Panzer rücken jetzt in den Hafen vor. Stoßen Sie am Eisenbahntunnel zu Ihnen. Ober. Ach, da ist unser Auto wieder. Jetzt muss ich mir die ganze Scheiße nochmal gucken, weil... Oh Gott, ey. 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 Ja, komm, lad ab. Stell mich jetzt hier hin. Hier ist kein Panzer. Ich habe ihn. Ja, ich habe es dir ansielen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn.